Ich bin Ramon Juchli und zusammen mit Jodok Ackermann bin ich Teil von MSG. Jodok und ich treffen am 27. Januar unser Debutalbum «Massage» hier in Willisau im Züghaus. Das war schon etwas komisch. Ich bin normalerweise der, der die Fragen stellt und jetzt habe ich sie beantworten müssen. Ob der Seitenwechsel gelungen ist, müssen andere beurteilen. Ich freue mich am meisten darauf, hier in Willisau zu sein, wo für uns alles mit der Band angefangen hat und wo wir jetzt schon länger nicht mehr gespielt haben. Ich hoffe natürlich, viele bekannte Gesichter von früher zu sehen. Auf das freue ich mich am meisten.